Das ist ein Schlafen für den Wettbewerb. Was ist denn? Hallo! Ach gut, ich hab's nicht. So? Hast du gut reden? Es kann jetzt natürlich passieren, dass sie jetzt im Kiel schützen. Oh, du weißt doch, wo du schon aufhörst. Ich frage es uns eigentlich. Ich habe Angst. Kau. So, komm her. Komm her. Wie ist denn das? Ich hab dich aufgeregelt. ZDF-Gesicht. ZDF-Gesicht. ZDF-Gesicht.